Hallo Leute, ich bin kaputt mit der Welt. Nein, was heißt kaputt mit der Welt? Ne, ich mache gerade mal hier ein Live, nein nicht live, ich nehme es noch auf, aber über mein Tablet, weil ich wollte ja ganz gerne euch auf dem Laufenden halten, weil diese Woche keine Uploads von Let's Plays kommen, weil, Achtung, ich nämlich einen neuen Rechner assembliere. So, da ist er, da wird gerade das neue Windows drauf gemacht und nachher wird richtig verstromert, hier läuft das gerade ab, also kommen gerade die Windows Updates rein, natürlich manuell, ja und das dauert natürlich ein bisschen, da muss ich die Software drauf spielen, die Spiele drauf spielen, Laufzeitenumgebung vorher auch, ja und die Kabel müssen noch richtig gesetzt werden, ja, da muss noch die andere Grafikkarte rein, das mache ich zum Schluss, Plus Treiber, weil ich nämlich noch den alten Rechner habe, da habe ich natürlich noch Komponenten rausgebaut, die ich für die neue, für den neuen Rechner nehme, ja, wie zum Beispiel die SSD Karte, ich habe nämlich heute Nacht, oh, habe ich geklont und die SSD gesichert und die Harddisks noch gesichert und geklont und, ja, und wenn der Rechner, der neue fertig ist, der erheblich schneller sein wird als mein Alter, den ihr immer gesehen habt, dann gibt es auch bestimmt mehr Uploads und Let's Plays, weil nämlich auch Renderzeiten und Performancezeiten natürlich erheblich darunter gelitten haben, das kostet dann auch wieder meine persönliche Zeit, ja, und ich bin gespannt, ob er läuft und wie schnell er läuft, ich werde auch noch ein paar Benchmarks machen und nächste Woche wird es wohl wieder Let's Plays geben von mir, Dragon Age Origins und haben wir noch gehabt, ja, Odyssey im Auftrag des Königs, also, im Hintergrund seht ihr so ein bisschen meine Privatsphäre, ne, ich bin so ein Filmfan und, ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin und ein gutes Wochenende, wenn, wenn es denn sonnig bleibt, ja, okay, ich bedanke mich für euer Zusehen, bleibt mir trotzdem treu erhaben und, äh, tschüss.